Wie siehst du die Situation? Ist die Mannschaft fit? Die Mannschaft ist fit, sehr motiviert. Wir wollen morgen unbedingt den Sieg holen zu Hause. Und im Spitzenkampf weitermachen, so wie es von uns gehört. Eine neue Fotograf. Das ist der Ball. Das ist der Ball, den Raab Bobadilla setzt in der Ecke. In der Ecke. Raoul! Ein kurzes Wörtchen zum Gegnern. Ja, Iverdon ist eine gute Mannschaft. Ein guter Trainer mit Erfahrung. Kann ich 100% Gas geben. Wie gesagt, das ist ein entscheidendes Spiel für uns. Kurz noch die letzten zwei Matches vor den Anzeigen. Das sind wir alle. Das ist ein wichtiger Zwischenstand, den wir stehen wollen. Und eine kleine Botschaft an die FCS-Fans? Liebe Fans, wir spielen zu Hause. Zu Hause spielen wir sehr attraktiv und wir brauchen einen. Du hast sicher einen massgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft. Wie siehst du deine Entwicklung in den letzten Jahren? Ja, ich versuche immer, mein Bestes zu geben auf dem Platz. Und es ist natürlich umso besser, wenn ich mit denen auch in meiner Mannschaft helfen kann. Ich glaube, in letzter Zeit haben wir zu viele Goals bekommen. Und das müssen wir auf jeden Fall wieder verbessern können. Gut. Und eine kleine Botschaft an unsere Fans? Ja, ihr seht hier ein wunderschönes Stadion. Und die Tribünen haben wir also weitaus besser gefallen, wenn sie gefüllt waren. Also auf jeden Fall morgen alles sterben. Obst du raus? Bravo!